wir haben heute einen speziellen gast am start ist es sebastian beuth erstmal vielen dank dass du dich bereit erklärt dass dieses interview zu geben die wichtigste frage vorneweg alter wie geht es dir überhaupt ja erstmal vielen dank dass ich hier sein darf und nicht bei der rheinzeitung sein muss es freut mich ganz besonders dass ich etwas politisches auf einem super mario channel sagen darf gleichzeitig von zwei kraftstrahlern gegrillt werde am heißesten tag des jahres es geht mir soweit gut ja danke der nachfrage wie geht es dir ja mir geht super mir geht super das waren ja für dich zwei recht stürmische wochen kann man sagen denke ich wie es dir denn ergangen also jetzt ohne ins detail zu gehen ist also mein handy klingelte jetzt zwei wochen lang durch das war ein erlebnis das hatte ich so noch nicht natürlich auch irgendwo selbst verdient es war sehr sehr interessant also ich habe politische auf und ab gründe erlebt die ich so glaube nicht miterlebt hätte und vor allem dass ich durch diese situation mit parteien in gespräche kam mit denen ich überhaupt gar nichts am hut hat das war schon sehr lustig und interessant lasst uns doch mal die ganze geschichte so ein bisschen rekapitulieren so ein bisschen am anfang anfangen damit man versteht was überhaupt passiert ist also es ging für dich 2015 los da hast du hier in koppel ins den kreisverband gegründet von der partei und war es dann quasi auch direkt der erste vorsitzende und hast wahnsinnig viel arbeit da rein gesteckt und ihr seid ja auch ziemlich schnell das kann man ja glaube ich sagen zu der stärksten politischen linken kraft in koblenz geworden das kann man ja wirklich sagen ja 2016 bist du dann landesvorsitzender geworden von der partei hier in rheinland-pfalz und du bist auch zweimal wieder gewählt worden zweimal weiß ich jetzt gerade gar nicht aber einmal ja zweimal kann ich nicht bestätigen wir hatten so viele wahlen die nicht entweder nicht gültig waren oder verkehrt herum oder protokoll vergessen da habe ich einen überblick verloren okay und hier in rheinland-pfalz war es ja so ein bisschen dein projekt viele kreisverbände aufzuziehen also die partei überhaupt zu etablieren kannst du es mal ein bisschen erzählen was da genau also den kreisverband habe ich erst mal gegründet vor drei jahren weil mir einfach langweilig war weil mein job relativ scheiße ist als informatiker sitze ich nur vor server schränken und ich wollte irgendetwas bewegen habe einfach keine ansprechbare partei gefunden oder keine die mir von anfang an sympathisch war und naja man wird halt vorsitzender indem man selbst eine partei beziehungsweise ortsverband gründet das ging relativ gut und die motivation daraus in meinen drei jahren hat die partei an 400 prozent am mitglieder zuwachs gehabt und ich habe gemerkt das konzept geht einfach auf dass wir den leuten halt zeigen mit satire und mit ein bisschen spaß dass demokratie spaß machen kann und vor allem was verändert also das hauptziel war nicht nur viele orts- und kreisverbände zu bekommen sondern hauptsächlich leute politisch zu motivieren und zu sagen geht wählen es bringt was und auch wenn ihr das nur über die nur über die partei da trinken wir bierchen zusammen ja und dann gehen wir halt zusammen an die wahlurne und es hat funktioniert also ich bin bis heute schwer begeistert davon dass es so gut geklappt hat aber wie hast du das angestellt also was ist das geheimnis es gibt kein geheimnis ich habe in den drei jahren blöderweise irgendwann mehr für die partei gearbeitet als wirklich halt für mich einfach weil es so gut funktioniert hat ich wurde dann immer wieder angespornt und wir hatten standard konzept dass wir gesagt haben einmal monat stammtisch plus eine aktion hat man sich halt was aktuelles rausgesucht und darüber lustig gemacht und die cdu und die afd haben uns auch immer wieder gute gründe gegeben auf denen rum zu reiten ja und die konnten sich auch nicht wirklich gegen uns wehren und ja das wurde dann halt sehr populär unsere vorgangsweise und wir haben immer mehr mitglieder bekommen und immer mehr die uns auch anfangs skeptisch gesehen haben gruppierungen wie eigentlich nichts mit der partei zu tun haben wollten wir haben bei fast allen demos mitgemacht ich habe jetzt mal nachgesehen ich habe mittlerweile über 40 demos und mahnwachen angemeldet das ist halt schon eine nummer wenn man so zu ja ja und ohne diese krasse entwicklung hätten wir das aber auch nicht tragen können also es hat sich so selbst entwickelt und ich bin davon baff und kann es bis heute nicht wirklich ja begründen und begreifen auch als landesvorsitzender war es halt mein ziel bis zu den kommunalwahlen halt so viele verbände wie möglich aus dem boden zu stopfen wenn wir einer in speyer zum beispiel saßen so ich weiß nicht ich bin parteimitglied und hier geht es nicht weiter dann hat man halt möglichst versucht da verbände hinzubekommen die gibt es auch wieder verbände wiederbelebt und ja vor allem halt networking betrieben bis ins letzte kaff in rheinland-pfalz ja ich war in meinem leben noch nicht so viel rheinland-pfalz unterwegs ich dachte auch immer zwei brücken wäre im saarland also ich bin ich bin da nicht sehr bewandert ich wurde sehr oft eines besseren belehrt ist ja auch eine art geografie zu lernen ja ich war sehr oft an der grenze zum saarland habe ich mich auch immer schlecht gefühlt es hat mega viel spaß gemacht und ich glaube nichts was ich meinem leben so angepackt hat war bisher so erfolgreich dass man halt wirklich sagen kann dass die leute wirklich als feedback kamen und sagen ich finde das so gut was du machst ich bin deines wegen in die partei angetreten wegen deiner aktion und dass die leute das halt mittragen also ich will das jetzt nicht alles für mich reklamieren aber das ja das feedback weil ich bekommen habe ich habe ja immer mit kleinen aktionen angefangen und die größer bewohnen desto mehr größere aktionen konnten wir aufstellen ganz ganz gutes beispiel ist als ein acht mal acht meter großes plakat am deutschen eck haben runterhängen lassen was ohne die zusammenarbeit im kreisverband und des vorstandes überhaupt gar nicht funktioniert hätte das war komplett irre als wir das gemacht haben ja das ding wiegt über 150 kilogramm hat scheiß viel geld gekostet habt ihr das gemacht und irgendwie teile der antwort würde ich verunsichern aber wir haben es tatsächlich zusammengerollt und dann halt von oben runterfallen lassen ja das ist eins dieser beispiele was man merkt dass deine augen richtig leuchten wenn du darüber redest ich meine das kann auch hier an diesen 800 watt baustrahlern ja das ist ich sehe auch nur noch auf einem auge das ist echt übel auf der einen seite haben wir dann diese diese also diesen extrem diese extremen aktivitäten und diese vielen erfolge und auf der anderen seite muss 2019 dieses jahr irgendwas passiert sein was das irgendwie alles für dich verändert hat was ist da passiert ja es war eher eigentlich eher ein schleichender prozess also ich habe auch in meiner arbeit beim landesvorstand sind so ein paar sachen passiert wo es eigentlich selbstverständlichkeiten an handlungsmöglichkeiten gibt wo nicht wirklich meinungen eine rolle spielen sollten es ist mir immer schwer gefallen dass nicht immer mein wille durchgesetzt wurde das muss ich ganz ehrlich zugeben ich bin da manchmal etwas falsch dran gegangen aber auch weil die erfahrung gefehlt hat ja also ich meine gerade mal so nach einem jahr landesvorsitzender zu werden und dann kamen auf einmal sachen auf einen zu mit denen man noch nie konfrontiert wurde da hat man ganz klar fehler gemacht aber auch innerhalb des landesvorstandes gab es twist da bin ich dann auch ende 2018 zurücktreten weil ich das nicht mehr verantworten wollte als landesvorsitzender ohne jetzt ins detail zu gehen aber ich denke das sind so sachen die einfach halt parteien die gerade sehr am wachsen sind irgendwann diese probleme kommen automatisch also das ist nichts was man den leuten jetzt vorwerfen muss unbedingt sondern das sind einfach sachen wo man durch erfahrung lernt ich habe es an dem punkt nicht getan es gab so zwei drei sachen wo ich gesagt habe ich will das nicht mehr vertreten und bin dann zurückgetreten ja dass ich bei der partei zählte ich immer schon zum ja ich will jetzt nicht sagen realo flügel aber ich habe mit der satire immer realpolitische ziele verfolgt man sieht das bei der verbandsarbeit bundesweit ist das teilweise unterschiedlich also es gibt auch verbände die machen nur satire ohne ein wirkliches ziel in koblenz hat das sich im verband gott sei dank so als konsens ja eingependelt dass wir halt immer gesagt haben wir wollen was realpolitisches erreichen mit den mitteln der satire genau das hat auch immer super funktioniert und ich bin auch sehr froh darüber dass wir da nie wirklich so querschläger drin hatten also wir haben unsere sachen immer erreicht ich habe schon vor über einem jahr ein paar mal angekündigt dass ich halt irgendwann aus der partei austrete weil ich realpolitische ziele verfolge und ich mich in der partei hat mir immer so das problem dass wir nie wirklich ernst genommen wurden das in koblenz ganz krass war ja sehr lange sehr stark konservativ jetzt sieht es mit der linken mehrheit hoffentlich besser aus und hatte dann ich hatte auch schon mal zweimal versucht als kreisvorsitzender zurück zu treten das hat einfach nicht funktioniert aber ja ich habe die arbeit trotzdem gerne gemacht immer spaß gehabt mit koblenz hatte ich auch eigentlich nie probleme auch nie mit den leuten ja aber ich hatte halt immer irgendwann gedacht okay irgendwann ist meine zeit rum weil ich in der partei nie wirklich meine politische heimat oder zukunft gesehen habe heimat streiche heimat zuhause bitte nein heimat ist ein doofes wort meine nation und wir hatten in diesen drei jahren mit den grünen halt immer perfekt zusammengearbeitet wir hatten immer die gleiche meinung auch dieselben forderungen die grünen sind eigentlich genau wie die oder die partei ist wie die grünen nur dass man halt dieses politische augenzwinker bei den grünen natürlich nicht mehr hat obwohl es natürlich auch die aufgabe einer jeden anderen partei ist über die fehler anderer parteien zu berichten und transparenz zu zeigen oder halt aufzuzeigen wo afd oder cdu falsch liegen ja also du glaubst einfach dass du wenn du jetzt bei den grünen weiter arbeitest realpolitisch einfach mehr erreichen kannst mehr substanzielle arbeiten kannst als das vorher möglich war als bei der partei genau ja also ich will jetzt nicht sagen dass das partei nicht möglich wäre aber von der öffentlichkeit gesehen beziehungsweise halt vom wähler und den möglichkeiten wir haben jetzt zwar super viele kommunalebenen erreicht aber mit der partei kannst du halt zum beispiel nie für das land irgendetwas ändern sonneborn macht mit selbst hat zum beispiel eine sehr sehr gute hat eine sehr gute arbeit im europaparlament geleistet wie das jetzt mit selbst weitergeht ich glaube nicht dass es irgendwie doof aussehen wird seine entscheidung sich den grünen dort der grünen fraktion anzuschließen fand ich auch mega bemerkenswert sonneborn selbst bleibt sich treu indem er fraktions bloß bleibt er macht auch keinen also der bricht auch nicht seine versprechen hast du mit selbst heute irgendwie gesprochen im rahmen deiner entscheidungsfindung wir haben auch bundesparteitag mal miteinander gesprochen und er selbst hat ja auch von anfang an gesagt dass er realpolitisch was erreichen will und dass er das als fraktionsloser eben nicht macht beziehungsweise die möglichkeiten nicht dafür hat also hätte ich gewissermaßen in deiner haltung schon ein bisschen bestätigt ja aber es heißt in meiner haltung also ich sage mal den realpolitischen flügel der partei bedient wie er jetzt auch nach dem euwahlen gesagt hat und ich finde es relativ traurig dass manche in der partei seine entscheidung zum beispiel kritisch sehen aber ich denke genau das macht eben die partei aus dass wir halt sagen können ich gucke halt wo ich mit meiner einstellung am besten reinpassen ich kann ja auch parteimitglied in einer anderen fraktion sein also ich finde die entscheidung von selbst sehr konsequent ich unterstütze das und hat mich auch so ein bisschen meiner politischen ansicht bestätigt wir haben ja so ein bisschen darüber gesprochen wie wir das interview gestalten und wie ich das vorbereitet und so weiter und da hatte ich dir gesagt ich werde auf facebook und post machen wo die leute bis hin die möglichkeit haben fragen zu stellen und die reaktion die ich so bekommen habe um ganz ehrlich zu dir zu sein das war ein richtiger feuersturm im wahrsten eines wortes das war ein feuersturm an reaktionen das waren viele reaktionen für mein persönliches gefühl besonders viel von der partei also bundesweit auch und so weiter und um ehrlich zu sein ein großer teil davon auch negativ hast du so ein bisschen eine ahnung woran das liegen könnte also warum sind die reaktionen auf die person beut so heftig ich denke beut hat schon viel mist auch innerhalb der partei gebaut jetzt redet ihr in der dritten person nein ich hatte ich habe mir in den letzten monaten gewiss keine freunde gemacht mit gewissen aktionen weil ich aber auch in vielen sachen an verhaltung gezeigt habe und das aber auch in gewissen rahmen einfach nicht gelassen habe viele waren halt von meiner arbeit und meinem aktionsstrang begeistert euch halt wirklich jeden monat eine aktion gemacht habe aber es hat sich dann halt herausgestellt dass ich wahrscheinlich auch ein bisschen zu großer stuhl kopf bin um landesvorsitzender zu sein ja zu wenig kompromissbereitschaft eventuell in manchen fällen das sind das dinge an denen du arbeiten willst ja auf jeden fall also in erster linie erst mal daran dass ich nicht mehr vorhabe ein vorstandsamte an mich reißen nein also ich möchte mich jetzt fünf jahre lang komplett auf die kommunale arbeit konzentrieren die inhalte und meine positionen haben sich ja nicht geändert also das womit ich in den rad gewählt wurde hat sich jetzt nicht geändert ich habe halt mit vielen parteien gesprochen und habe wie ich vor einem jahr schon gesagt gedacht habe die grünen sind einfach die partei mit denen ich bei allem konfort komfort gehe bis auf borges palmer aber ich denke jede partei hat so ihren unsympath wir hatten uwe boll das war unser borges palmer sozusagen dass er viele wütend sind weil es der komplett falsche zeitpunkt war ja das verstehe ich ich habe da einen fehler gemacht ich die situation war zum komplett falschen zeitpunkt die kommunikation war sehr sehr schlecht aber das habe ich in den letzten zwei wochen wirklich versucht so weit es geht zu bereinigen kevin ist halt zum beispiel ein super typ und der ist politisch so halt auch dass er professionell genug ist dass wir beide miteinander arbeiten können ohne dass unsere eventuellen privaten differenzen dazwischen gehen also kannst du mal ganz kurz nur nur für die leute die die partei gar nicht kennen wer ist kevin kevin wurde auch für die partei in den stadtrat reingewählt und hat sich jetzt der linken fraktion im stadtrat kevin wilhelm genau angeschlossen was ich auch für eine sehr gute entscheidung halte die linken haben ja auch immer sehr gut zusammengearbeitet auch menschlich sind olli und tobi die sitzen perfekte besetzung eigentlich ja und im stadtrat ich wurde gefragt ob eventuell jemand das abstimmungsverhältnis beziehungsweise die abstimmung die meinung ändern würde um mir einen reinzudrücken da kann ich ganz klar sagen private sachen oder differenzen haben halt eine ratsarbeit einmal nichts verloren und zum anderen trau ich das wirklich niemandem zu jetzt vielleicht eher so vom rechteren flügel wo ich das schon ein paar mal erlebt habe aber nee das ist eigentlich die ausgangssituation wie man sie jetzt haben ist eigentlich gut ich habe mit meinem mandat die grünen zur stärksten fraktion gemacht das heißt wir haben in einigen ausschüssen auch eine mehrheit was die cdu sehr geärgert hat und die afd natürlich auch was die ärgert ist ja prinzipiell kann ja nie so falsch sein ja richtig ja